Mr. Roboto hier. Ähm, zur Schule, zum Ortseingang was, glaub ich. Hi Lisa! Okay, aber wie lange dauert das? Hard to say. But unless this thing mirakulously fixes itself, I could be stuck here all day. Tja, vergiss das mal, Liebe. That action doesn't seem... Ein Garten mit Amnesia. Huh, wait a minute. What the heck am I doing out here? Wasn't I in the middle of something? I better go back to the workshop and figure something out. Hm, maybe just a quick break first. Hey, there's an electrified fence, Junkie. Can you help, disconnected? I think I have nothing better to do. Lead the way. Hilfe, Lisa. Ich brauch deine Hilfe. System is kinda cranky. So I'll only be able to cut the power briefly. Wait for a window and then do your business. But don't take too long, or the power will come back on. Got it. I'll go check it out and let you know when I'm done. Okay. Good luck. Na dann wollen wir mal schauen, was die drauf hat. Ab in den Kühlschrank. Der Osten. Willkommen im Osten. Hat halt... Oh. Eine Tür. Bitch. Pfff. Was machen wir denn? Oh. All this better be worth it. Whoopsie. Um... Sie sind verzweifelt wegen des Babys. Ich kann mir helfen. Ist es wegen des Babys? Ich kann mir helfen. Hilf mir. Wie genau? Unser höchstlich illegaler Wundtank ist die einzige Sache, die sie lebendig ist. Und du bist aus dem Büro. Wir wissen beide, was du tun musst. Ich will nur was nötig ist. Wo die Grenze gezogen wird, liegt ganz bei Ihnen und es sieht nicht gut aus. Sie wissen also, was ich zu tun und zu lassen habe. Vielleicht ist die Lage nicht ganz so eindeutig, wie Sie denken. Ich habe nichts vor, jedem Kind weh zu tun. Wenn Sie mir helfen, den Mörder zu finden, ignoriere ich, was ich in Ihrer Wohnung gefunden habe. Ich werde nur was nötig machen. Wo diese Linie getragen wird, ist es völlig zu dir. Aber es sieht nicht gut aus. Ja. Vielleicht sollte ich hier die Linie getragen. Der Mörder ist meine Sache, aber wenn Sie nicht kooperieren, kann ich Sie nicht beschützen. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Sie sind nicht alleine, Katharina. Wir beide wollen Karls Mörder fangen. Ich schinde gar nichts. Der Schuss war laut. Gleich wird die Polizei anhuten. Ich weiß, wie Sie fühlen. Du musst das nicht alleine tun, Katharina. Wir beide wollen Karls Mörder fangen. Du erzählst mir nur, was du denkst, was ich zu hören will. Aber ich muss sagen, ich liebe deine Möglichkeit, in der face der Tod bleiben zu bleiben. Sie verstehen sicher, dass sie alles nur noch schlimmer machen für sich und ihre Tochter. Ruhe hin oder her. Ich schaue nicht gerne in den Gewehrläufe. Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Entweder das, oder ich halte sie für weniger gefährlich, als sie vielleicht denken. Wahrscheinlich, dass Sie sehen, dass das Gehäufe wie das nur für Sie und Ihre Tochter etwas schlimmer macht. Vielleicht. Vielleicht. Aber es ist nicht wichtig. Alsbald ich meine Waffe runternehme, wird sie mich schießen, ohne einen Eingang zu schießen. Wenn ich sie erschießen wollte, wären sie bereits durchlöchert. Tut mir leid, wenn sie schlechte Erfahrungen mit April 2 gemacht haben. Ich bin anders. Das werde ich nicht tun. Ihre Familie hat bereits genug gelitten. Von mir aus können sie ihre Waffe behalten. Ihre kleine Familie hat genug verloren. Wenn Sie sich sicher fühlen, kannst du deine Waffe behalten, okay? Sie besser glauben, dass ich meine Waffe behalten. Okay. Das ist gut. Wir müssen nicht nach der Station gehen. Wir gehen einfach nach unten und reden über das. Ich muss jetzt sein, dass ich die blöchste und wunderschöne Frau in der Welt. Du wirst das nicht regrettieren, Katarina. Also, du glaubst, dass der Gehäufe nach dir ist? Ich weiß, dass er ist. Er hat Maia und Karl. Maia und Karl? Der nächste, natürlich. Lass uns nicht vergessen, Leonard Dahl. Er war gebrochen heute Morgen. Leonard? Der Recycling? Jesus, ich hatte keine Ahnung. Das ist wunderschön. Wunderschön? Weil... Actually, ich muss dir die ganze Geschichte, um es zu verstehen. Karl und ich wollten ein Kind, aber... Ich kann nicht. Ich habe die Waffe behalten, aber es gibt andere... Komplikationen. Das kann ich nachvollziehen, mein Partner und ich. Naja, bei uns war es ähnlich. Ich verstehe Ihre Verzweiflung. Sie sind ein kalkuliertes Risiko angegangen, mit schlimmen Folgen. Mein Beileid, aber Pech zu haben bedeutet nicht, dass man das Gesetz frecken darf. Das Leben ist unfair. Ja. 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 Ich habe die Verzweiflung gegeben. Ja, so Karl und ich besuchten, um mit dem Nachbarn zu spielen, und dann nach Nord-Send als Familie zu verabschieden. Also, du nur versucht, um die Konduit-Beliefe zu sympathieren, und dann Maya wurde murdered. Ja, E-Pose hat es, ich bin sicher. Die Arschlöse mussten herausfinden. E-Pose? Das ringt die Bellen. Earth Preservation Orthodox Society. Anti-Tech Group. Ja, ich wundere mich jetzt nicht mehr. Sie denken also, dass E-Pose-Fanatiker einen nach dem anderen erledigen? Wissen Sie von ihrem Kind? Warum denken Sie, dass E-Pose für die Morde verantwortlich ist? Do they know about the child? Yes, I do. And I pray that they don't. That's why I'm hiding out here. To avoid leading them to the apartment. I was hoping to ambush them myself, and, well, then you came around. There's a hole in this murder theory, though. Leonard Dahl. Oh, yeah. No idea how that guy fits into all this. Could be unrelated. Ein Zufall ist bei der historisch niedrigen Mordrate von Nordson unwahrscheinlich. Sie kannten Leonard also nicht. Er war kein Mitglied ihrer Gruppe. Vielleicht hat Leonard zu E-Pose gehört und sie haben ihn aus Rache umgebracht. Also, du kennst überhaupt nicht Leonard? Er war nicht ein Mitglied von deiner Gruppe? Nicht so weit wie ich weiß, aber Maya hat uns auf einer Need-to-Know-Base gehalten. Es ist möglich, dass sie mit ihm in irgendeinem Weise gearbeitet hat. Okay, if all of this... It's a long story, but I left a life that was pretty... ugly. I had to escape an abusive boyfriend. Sheesh. Well... It just... ...Well... ...I guess it stuck. It wasn't so much intentionally kept a secret, it just never became a public thing. Als wir mit Maya begonnen haben, hatten wir natürlich mehr Grund für die Dinge zu halten. Hm. Na, ich werde all diese Gedanken geben und berücksichtigen an meine Superiore. Ich werde später zurück, wenn ich mehr Fragen komme. Okay, bevor du gehst, einfach... ... die Womb-Tank. Die Nutrienten müssen jetzt laufen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin bei der Apartment, und die Nutrienten waren kritisch. Verdammt! Maja war, dass sie eine Verkaufung haben, als sie verletzt wurde. Hm. Hm. Sie wissen, wo sie eine solche Dinge halten würden? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, dass sie irgendwo neben dem Museum sind. Okay. Ich werde es anschauen. Du hast keine Ahnung, wie viel das bedeutet für mich. Danke. Du bist willkommen. Das Konnotief. Karl oder er weiß irgendwas Katharina Lehrerin Kommissar Anderson Steiner Ruth Ich weiß, wer sie ist, aber wir haben noch nicht Maya Stratt Oh, sie war wirklich der Epitome von einer verrückten Wissenschaft Sie sind verrückte kleine Experimenten Sie haben keine Redaktion für die Wahrheit oder die Ethik oder sogar die Gemeinschaft Natürlich, sie hatte Moments der Klarheit, wie als sie unsere Wombtank aber die ganze Zeit sie war nur ein Knutcase Knutcase Sie sprachen Sie sprachen Sie sprachen wie die intelligenten Menschen verdienen die Welt Sie hat eine Elita Sie sagen Sie 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 Ist das die gleiche Synchronsprecherin wie Cathy Reign? Erinnert mich gerade an. Carl hatte das in seinem Pocken, als wir ihn gefunden haben. Oh, verdammt Carl. Ich weiß, es ist viel zu fragen, aber... Könnte ich diese Fotos haben? Ich habe wirklich nicht viel zu erinnern. Natürlich. Es ist das wenig, was ich tun kann. Danke. Ich werde es nicht vergessen. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Ein langfristiges Radio. Es ist verbunden mit dem Ruf. Ich denke, es gibt eine exterioeren Antenne, zwischen den Schrauben. Ein hoher Qualität. Hier könnte man hier in der Winter besser werden. Ein kochtopf. Ein leichter Aluminium-Pot mit einigen Schrauben. Schön. Es sieht ziemlich komfy für ein Ort wie dieses. Na gut. Du kannst nicht wirklich zu viel Wasser aufbauen. Ein kleines Schrauben mit einem Schrauben Schrauben. Na gut, dann gehen wir mal raus hier. Ich gehe jetzt raus. Nicht zu weit. Ich gehe nicht. Und... Danke, Vera. Du bist nicht wie die meisten Schrauben, die ich mitgebracht habe. Du bist willkommen. Bleib alert. Der Schrauben ist noch da draußen. Ich werde sich vorsichtig sein. Na gut, das ist jetzt die Stelle, um hier aufzuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben endlich diese Dame hier kennengelernt. Katharina. Nach der wir auch schon länger gesucht haben. Und naja, ich freue mich. Macht's gut. Ich bin mal raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.